Happy Birthday Papu Gupata, Happy Birthday Gopal Gopal Patel, Happy Birthday MD Hakit Mola, Happy Birthday Baba Kaji. Und heute kommen wir zum Spiel Guns of Gloria. Viel Spaß! Okay, dann würde ich mal sagen, geht's los. Da ist meine Baursis. Rückkehr des Königs. Jawohl, ich bin wieder da. Was kriege ich denn hier alles geschenkt jetzt? Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Da ist noch mal was. Go, 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 go. G-O-G, G-O-G. Ich habe es entschlüsselt. Musste gerade schon 10 Minuten ganz auf Glory spielen, damit ich meinen alten Stand planen kann. So ein Mist. Deswegen werde ich jetzt nur ein bisschen spielen. Also sprich, erstmal alle roten Punkte einkassieren, die ich habe, die ich finde. Da ist noch was rotes. Einfach nur aktivieren. Passt schon. Gratis drehen. Und ich habe einen Affen bekommen. Was bringt er mir später? Glücksei. Ein Gratis Glücksei. Ist Ostern? Aber nicht Ostern. Eins, zwei, drei Red Dog. Ein voran. Und hier ist noch was rotes. Ist immer noch was rotes da. Wahrscheinlich die Nachrichten lesen. Ja, genau. Das war's. Acht tägliche. Immer noch die achte. Einer noch. Ne. Wollen wir nicht. Da. Events. Immer noch Events. Immer noch Events. Spenden. Jawoll. Du hast einmal gespendet. Du hast nicht genug. Da wird schliessen. Okay. Immer noch Events. Hm. Was sind jetzt noch? Ich sehe hier keinen roten Punkt mehr. Na dann. Gehen wir weiter. Helloween. Rabatt. Weg zum Ziel. Limit ist Angebot. Und. Tag ist Spezial. Aufladen. Ach da oben ist noch was. Aufladen. Und da war sogar eine Truhe versteckt. Du 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 du. Dann ist hier nochmal was rotes. Was ist noch das? Allianz. Zwei Spenden. Zwei Spenden. Inventar. Inventar. Haben wir auch noch was. Das war's. Einmal alles anklicken, ja. Dann sind wir ja gleich schon fertig. Nachrichten. Alles markieren, verwenden, alles anwählen, alles löschen, jawohl. System. Alles markieren, alles verwalten, alles anwählen, alles löschen, jawohl. Abbrechen, alles lesen, verwalten, alles markieren, alles löschen, jawohl. Teilnehmen, 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 abgelaufen. Abgelaufen, 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 abgelaufen. Also noch zweimal kann ich abholen. Acht Tage und einen Tag. Gehen wir nochmal schnell hier drauf. Muss man bei den anklicken oder? Bei manchen musst du anklicken, bei manchen kannst du nur rauf gehen und wieder raus. Ich klicke den nicht an. Ah, nur reingehen, gut, brauche ich gar nicht anklicken. Naja, jetzt habe ich es vorhin gemacht. Gerade nochmal. Gut, dann kann man jetzt hier auf die Baumeister-Sachen bauen. Bauen. Verbessern. Jawohl. Abgeschlossen. Okay. Können wir ja alle... Was denn waren heute? Sieben Millionen, ich brauche Essen. Gut, gut, gut. Dann gehen wir mal hier. Null, null. Oh, verbessern. Level up. Hier haben wir Forschung. Nehmen wir erstmal Lager. Achso, da läuft es schon. Okay. Das haben wir hier noch. Oh, gratis. Was kriegen wir da? Da, 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 da. Okay. Und was kriegen wir hier? Haben wir schon. Okay. Verbessern. Bestätigen. Verbessern. Bestätigen. Herstellen. Bestätigen. Verbessern. Bestätigen. Verbessern. Bestätigen. Verbessern. Bestätigen. Verbessern. Bestätigen. Verbessern. Bestätigen. Verbessern. Verbessern. Herstellen. Bestätigen. Verbessern. Bestätigen. Verbessern. Herstellen. Herstellen. Verbessern. Ach je, das dauerte eine Ewigkeit hier. Kann ich hier nicht gleich mehrere bestätigen und dann mehrere verbessern? Ist auch viel angenehmer, als wenn ich hier tausendmal klicken muss. Na ja, ist ja gleich fertig. Na ja, ist ja gleich fertig. Ah, ok. Bestimmt auch der hier. Ja. Und der bestimmt der lilale. Jawohl. Das war's. Schickt er mich nochmal hier rein? Ok. Na, da möchte ich jetzt nicht schreiben. Gleich gleich. Aber jetzt gerade erstmal. Abheben. Neu einzahlen. Anlegen. 30 Tage 50%. Absolut. Außer natürlich jeden Tag spät. Dann würde ich das andere nehmen. Aber so oft bin ich ja nicht hier online. Präparieren. Ja, ich war schon lange nicht mehr hier online. Er ist einfach mal hier. Ich bin jetzt hier oben gezogen. Ja. Wenn du hier oben mit schickenst, ganz gut. Es ist toll. Ich bin ja gut, jetzt bin ich schолодbar. Ich bin ja gut. Er will mit, wenn du hier oben redest. Ich bin ja gut. All right. Und ich bin sie mit dem Weg. Es ist gut Resources. Masi muss man das nur zusammen. Du gehst mit, ich bin ja gut dum. Perfekt. War ich da nicht schon weiter? Oder war es auf einem anderen Account? Hm. Das ist hier die Frage. Ah ne, aber den hier hinten? Schnell abschließen? Noch fünf Stück. Befördern. Es ist ja noch weiter weg hier. Die, die weit weg sind, schnell abschließen. Machen wir mal eine Hand. Zack. Einmal retten. Gehen wir zurück. Kommen wir gleich wieder hin. Schauen wir mal den Rest hier alles an. Gehen wir zum Meerjungfrauen. Da sind wir. Ein Spielspiel. Wo ist die Wurmel? Dreimal gratis. Da. Bisschen laggy gewesen, aber ich glaube die ist in der Mitte. Zwei richtige Antworten. Ich glaube sie hat sich hier nur getäuscht. Ach. War doch richtig. Oder sie hat sich doch richtig gewechselt. Ja. Problem ist auch das bisschen laggy, ne? Oh, hier fehlt noch einer. Bauen. Zack, zack. Der ist, ist der schon drinnen? Einsetzen. Einsetzen. Okay. Aus. Schießt ihn um. Ah. Halbe Energie hat er weg. Der macht uns eher kaputt. Wir wie ihn. Das schaffen wir noch. Boah. Ganz knapp. Die Energie hier rum. Heftig. Okay. Die Truhe öffnen. Einfordern. Verbessern. Gleich komplett aufwerten. Das kann man sich ja nicht anschauen. Ich habe noch 3,5 Millionen. Es geht noch. Ah. Sie ist die Beste. Okay. Oder warte mal. Schauen wir mal. Entlassen. Wir entlassen mal alle. Okay. Und jetzt. Sie ist die Beste. Genau. Einsetzen. Dann eher hier. Da. Sie. Also hat sie nichts geändert. Gleich rein. Ich glaube da hat sie nichts geändert. Angebote. Freischalt. Kostet alles Geld. Gebäude. wird. Wächter. Kosten auch Geld. Kostet alles Geld. Wachstum. Eh Wachstum. Wختum. Doch. Wachstum. 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 Ausrüstung Sonstiges Kreaturen Gold Gut, haben wir alles Kaufen, kaufen, alles kostet Geld Gut, dann haben wir das auch schon mal Alles abgeschlossen Hier gibt es die Truhe, die ein paar Minuten da ist Alles zwei Alles zwei Alles zwei Alles 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 Dann Haben wir noch Forschung dabei Marsch Da wollen wir hier nachschauen Bedannt haben wir einmal gemacht Einsammeln Machen wir einmal das hier Mit der Schaufel Was ist das? Farmen? Erkunden Marschieren Zehn Sekunden So lange kann ich Meine Queste einsammeln Das sieht doch schon mal gut aus Ich bin ganz zufrieden damit Und Was ist das dass die oder Schiff Schiff An Zwei 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 Ist immer noch auf dem Weg dahin? Aber ich kann es nicht mehr anklicken. Dann muss ich einmal die Truhe besuchen. Angriff? Marschieren? Scheiben wir doch wieder zurück zu sein. Ach, die erkunden noch. Wie lange das früh dauert das erkunden? Ok. Und ein Totenkopf ausprobieren. Dann haben wir alles fertig. Angriff. Ach, das ist sowas. Eigentlich muss man doch hier drauf schießen, dann müsste er auseinander fallen. BAM! Gut. Erkunden ist auch fertig. Totenkopf ist fertig. Haben wir alles fertig gemacht. Gut. Dann schauen wir noch mal kurz hier die Sachen an. Alles löschen. Inventar angeguckt. Entwicklung bei Edelstein. Keine Ahnung. Polieren. Oh, hier war er noch gar nicht drin. Naja, ok. Schmiede. Das habe ich an. Ah, habe ich da oben sowas. Ausgerüstet. Gut. Prüfung. Dann noch schnell Sachen einfordern. Ja, auch nochmal Sachen einfordern. Event war ja nichts mehr gewesen. Auch wenn es da steht. Keine Ahnung warum. Und das letzte. Dann würde ich sagen, das war es für heute. Schnelle kleine Runde. Inventar ist wieder was drin. Egal. Kleine schnelle Runde. Und fertig. Gut. Oh, warte mal. Gratis stand da. Dann schicken wir den nochmal schnell arbeiten. Verbessern. 21 Minuten. Ehhh. Geschenke ist noch wieder. Ne? Ne. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Geschenk. 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 Das war es. Unschluss glücklich. Nochmal alles einsammeln hier. So. Ich bin doch gerade. Das ist doch viel zu schnell. Okay. Alles zu Ende. Wenn wir den Teil nochmal drauf drücken. Zack. Zack. Alle roten Punkte weg. Beenden mal spielen. Und ich sage. Dankeschön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020